So, also, ich nenne jetzt nicht deinen Namen. Freiheit, was ist mit Freiheit? Die Leute, die hier sozusagen in Freiheit aufgewachsen sind, wissen nicht wirklich, was Freiheit ist. Weil? Weil die mit der Freiheit schon hier gewachsen sind. Ich bin, ich komme aus Syrien und ich weiß genau, was die Freiheit bedeutet. Wir haben acht Jahre, bis jetzt acht Jahre, wir haben versucht, Al-Assad zu schaffen. Wir haben viel bezahlt. Leute, das ist das Wichtigste, die sind vor der Freiheit gestorben sind, tatsächlich, oder gedötet worden wegen der Freiheit. Hier, die Leute, leider, ich habe bemerkt, viele Leute, viele junge Leute können tatsächlich nicht verstehen, oder, wie soll ich das sagen? Die können tatsächlich... So, also, kurze Pause, die können nicht abschätzen. Die können nicht abschätzen, was die haben, wirklich, von Freiheit, meinte ich. Ja, also, wenn du noch was sagen willst, wenn du noch was Wichtiges... Jetzt fällt mir nichts ein, tatsächlich. Okay, ich wollte... offence. ... ... ... Vielen Dank.